willkommen zurück zu Let's Play Josh's Island in Bad Baden Bad Baden alles klar da sind unsere Freunde die Schei Geist auf Stilzen die waren wenigstens nicht so schlimm wie die Schei Geist mit ihrem Voodoo Zauber da keine Ahnung wie das Gräuchte ist mir auch so egal Bressen wer ist mein Ei ich scheiß dich aus was denn das noch ein Affe komm her noch ein Affe ach schade lol Sternchen äh kommst du her Affe und Fisch das ist nie gut nur wie auch der springen kann nimm ich euch ab und der nächste Fisch okay aufpassen aufpassen und aufgepasst wuhu komm her Blümchen nein ey ich will auch zu den äh ja oh nö sagt man jetzt nicht ich muss ja ganz am Anfang muss ich auch nö bescheuert was soll das eigentlich hier für eine Farbe sein weinrot oder wie das ist eine Mischung aus weinrot und pink finde ich und definierbar wir schaffen es aber diese komische Affenschaukel ist er weg ah nein du springen in die Fisch rein du weißt es Baby fangen und keine Eier werfen ach schlecht äh geh weg so jetzt hab ich noch wieder alle Bonussterne verloren aber egal bekomm ich schon irgendwie wieder hoffe ich mal so geschafft vorerst was ist denn das hier eigentlich für ne Kacke ach mir ist egal gehen wir weiter so nicht so ausgäbster Münzen oder Blumen ah ey hallo ich bin oh es gibt ey habe ich jetzt verbraten um so scheiß die Treppe wie blöd bin ich denn heute sterne gut ja wenn ich es dir habe ich getroffen wo ist die Münze auch nur die Münze ist weg ach egal komm schon ja Baby komm einfach her dann ist gut so so nochmal zurück ja erstes Problem gelöst ja die hätte ich mir jetzt eigentlich auch mit dem Ei holen können die scheiß Blume oh Eierspender Eierspender oh Gott wie hört sich denn das an wie Eierspender Gott schlecht ja komm werft deine Bombe werf sie werf sie werf sie komm 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 so nicht so kleiner Milch Bubi geschafft wo aufpassen ne hoch eine Pflanze erscheint toll das ist quasi der hoch führt oh ein Gang ich nehme alles zurück das war cool wow 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 fresse Baby fresse Blume oh ich dachte gerade schon es wäre jetzt vorbei gewesen hey cool ja Sternchenchenchenchenchen wie so wäre der nächste Eierspender doung 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 und nach unten ja jetzt kommen wir die Verartungsblume aber ich gehe mal zurück können wir uns nein fresse ja komm runter du na Sperrgeister Sperrgeister ich halte alles mit Sperren so so leidens 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 fecken dino arsch den scheiß den ich hier schon mitmachen machen musste so wir können marius erler gar nicht blechen um mich um josh dafür zu bezahlen jetzt ist hoch brav und Prozent und schlecht und Prozent runter naja es war so klar die Gier ich bin auch klar da falle ich jetzt rein ist klar ey fickt euch doch einfach mal was ist das für eine scheiße das kann ja auch nicht sein hey hey ich bin schwül ey piss dich ey hey wieso springt der nicht fickt euch alter fickt euch gott sei dank wenigstens etwas jetzt man was war das für eine scheiße gerade so fresse fresse also unfassbar geschaffte weg muss das was ist das denn so ein bisschen für affe gefressen affe gefressen und aber gilt fressen so ja immerhin 20 hier weiter das level stresst wobei ich muss sagen eigentlich ist schön gemacht level auch ein stresst ich finde es hier eigentlich schön gemacht ich glaube ich erinnere mich diese fische die fressen einen und spucken den einen erst unter wasser spucken einen erst unter wasser dann ist man tot ja wir haben es noch zehn äh ne nicht noch mal die ganze scheiße los weiter so was soll der scheiß was mache ich denn bitteschön falsch ganz schön leben hier an dieser scheiße hier alles daran dass ich der original joshi bin der original ist schon längst geschafft knapp da kommt rollt runter toll nach keiner an mich denken wir jetzt auch schnuppe verdammte scheiße wie dumm kann man sich eigentlich anstecken kommt weg mit ihr nächste versuch sicher kommen wir haben zweites video für das scheiß level hier anfangen nimm mal ey ey fick dich fick dich boah ey ich esse nie wieder Fischstäbchen damn ich zieh mein Leben noch ey ey du weg 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 ich nehme jetzt den luft wegen mir so egal was soll ich hab's geschafft ich hab's echt geschafft wie geil oh ey gott sei dank geh rein geh rein geh rein oh ich hab's echt geschafft ich pack's nicht boah ey ja mach die Ballonskofrein geht ja klatsch schon klar ah nö ach komm blöd ist viel nieder Fischstäbchen nieder kann ich ihn hoch kann ich ihn hier nicht ah nein nein weg ah soll Sterne nein 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 ach bloß weg soll der scheiß jetzt sinnlos irgendwie bloß ins ziel raha weg und wir haben level 7 abgeschlossen nämlich dass das heißt richtig jetzt ist castle time